Willkommen zur wöchentlichen Zusammenfassung der wichtigsten lokalen Nachrichten, präsentiert von deiner WLZ. Korbach feiert das beliebte Altstadt-Kulturfest. Wir freuen uns sehr auf dieses Fest der Begegnungen, sagt Korbachs Bürgermeister Klaus Friedrich, der gemeinsam mit Cheforganisator Dennis Heller vom Kulturamt und Geschäftsführer Frank Benz vom Hauptsponsor EVF das Programm vorstellte. Bis 7. Juli wird mit viel Live-Musik, Spiel, Spaß und Unterhaltung im historischen Stadtkern gefeiert. Jugendherberge droht die Schließung Die Burg Hessenstein ist in finanzielle Schieflage geraten. Wegen der schlechten Buchungslage in diesem Jahr muss die GGMBH Insolvenz anmelden. Bereits 2015 konnte die Jugend Burg Hessenstein eine saisonale Flaute nicht mehr aus eigener Kraft ausgleichen. Damals wendete das Land Hessen die Insolvenz ab. Der aktuelle Weiterbetrieb ist nur noch bis in den Herbst angekündigt. Eine der stärksten Frauen der Welt Sina Schramme holt im Kraftsport einen Weltmeistertitel. Die gebürtige Berndorferin hat sich bei der Ultimate Strongman-Weltmeisterschaft in Fulda den Titel geholt. Das 35-jährige Kraftpaket siegte in der Gewichtsklasse bis 63 Kilo. Im August tritt sie bei der WM des Naturel Strongman-Verbandes in Irland an. Für alle Reiselustigen Bei Caravan Conrad in Bad Wildungen finden Sie genau das, wonach Sie suchen. Seit Oktober 2023 bietet Caravan Conrad Modelle aus der Mietflöte zu speziellen Sonderpreisen an. Ob Mieten, Kaufen, Werkstattservice oder Campingzubehör, bei Caravan Conrad sind Sie richtig. Entdecken Sie mehr auf caravan-conrad.de Huckepack in die Tiefe Einen besonderen Nervenkitzel erlebten Soldaten und Hunde an der Edertalsperre. Die Militärübung auf der Staumauer am Edersie gleicht Szenen aus einem Actionfilm. Soldaten, die sich samt Ausrüstung und Hund am 48 Meter hohen Mauerwerk abseilen. Es ist mittlerweile die vierte multinationale Übung für Hundeführer, die wir veranstalten, sagt Stabsfeldwebel Norman Morgenroth von der Bundeswehr. Für weitere lokale Nachrichten und tiefgehende Berichterstattung abonniere unser WLZi Paper. Bleib informiert, bleib uns treu, deine Heimatzeitung.